Ja, vielen Dank und guten Morgen auch von meiner Seite. Es bedarf aber vielleicht einer kurzen Erklärung, wie es dazukommen konnte, dass nun ausgerechnet ich hier zu dem Thema spreche. Das bedurfte einiger weniger zufälliger oder vielleicht nicht ganz zufälliger Umstände, denn die Sichtweise, die ich Ihnen in den folgenden knapp 60 Minuten darlegen werde, verdankt sich dem Umstand, dass in einem älteren Text, für den auch ich verantwortlich gezeichnet habe, zwischen nicht von Ukraine Krieg, sondern von Ukraine Konflikt die Rede ist. Und dieser Text wurde im Juni diskutiert und die Ausdrucksweise wurde kritisiert. Es wurde als eine Verharmlosung bezeichnet, dass von Ukraine Konflikt statt Krieg die Rede ist. Und ein baden-württembergischer Bundestagsabgeordneter meldete sich empört bei mir, woraufhin ich ihm in einer relativ kurzen E-Mail erklärt habe, dass ich sehr bewusst zwischen Ukraine Krieg und Ukraine Konflikt unterscheide. Ukraine Krieg betrifft die militärischen Angriffshandlungen Russlands in der Ukraine und gegen die Ukraine seit dem 24. Februar dieses Jahres. Ukraine Konflikt betrifft den Versuch des US-geführten Westens, die Ukraine aus der russischen Einflusssphäre herauszulösen, sie in die westliche Einflusssphäre einzugliedern und den Widerstand, den Russland dem entgegengestellt hat. Das ist der Ukraine Konflikt. Ich habe das in einer E-Mail an den besagten Bundestagsabgeordneten dargelegt. Die E-Mail ist auch dem Leiter des hiesigen Instituts zur Kenntnis gelangt und er hat mich daraufhin gebeten, die Überlegungen, die dahinter stehen, hier darzulegen. Ich spreche zu Ihnen heute nicht als Programmatiker einer Partei oder als Politiker, sondern ich spreche heute zu Ihnen als Wissenschaftler. Das heißt, es geht mir um Fakten und um Theorie. Es wird auch ein paar Stellen geben, wo ich Sie in wissenschaftstheoretischer Hinsicht etwas beanspruchen werde, aber ich habe inzwischen festgestellt, dass das mit Ihnen kein Problem sein wird. Und ich vertrete auch keine bestimmte politische Ideologie, sondern es geht nur darum, festzustellen, was hier eigentlich passiert ist und ob es theoretische Hilfsmittel gibt, mit denen wir diese Ereignisse einordnen können. Ich hatte schon erläutert, dass ich selbst stark in meinem Denken von den empirischen Sozialwissenschaften geprägt bin, von der Genauigkeit der Begriffsdefinition, die dort verlangt wird, von der Genauigkeit der Problemformulierung und auch von dem Begründungsanspruch, von der Genauigkeit des Begründungsanspruchs, der abverlangt wird, damit Aussagen als gültig anerkannt werden. Die Überlegungen, die ich Ihnen hier darbieten werde, weichen allerdings in mancher Hinsicht von dem dominanten Narrativ ab, das es zum Thema Ukraine-Konflikt insbesondere bei uns gibt. Das dominante Narrativ ist im Grunde genommen das Imperialismus-Narrativ, das die Ursache des Konfliktes in der Persönlichkeit Wladimir Putins sieht, der irgendwann ergriffen wurde von neuen alten großrussischen Vorstellungen, der ein großes Russland wiederherstellen will. Manchmal wird es mit der Sowjetunion, manchmal wird es gar mit den Grenzen des Zarenreiches gleichgesetzt und der sich mit dem Angriff auf die Ukraine eigentlich auf einem Raubzug befindet, wo die Ukraine nur die erste Station ist und wo weitere Länder folgen sollen und auch Mittel- und Westeuropa gar davon bedroht sein. Das ist das dominante Narrativ in den Medien, das tagtäglich wiederholt wird und als gesetzt gilt. Im Februar 2008 sandte der damalige US-Botschafter in Moskau und heutige CIA-Direktor William J. Burns eine E-Mail an die damalige amerikanische Außenministerin Condoleezza Rice. Diese E-Mail erfolgte im Februar 2008, zwei Monate vor dem NATO-Gipfel in Bukarest, auf welchem ein Antrag der Ukraine auf Aufnahme in die NATO auf der Tagesordnung stand. Zwei Monate davor. Es ging darum, ob in Budapest für die Ukraine der sogenannte Membership Action Plan eröffnet wird. Der Membership Action Plan ist eine Vorstufe für die Aufnahme in die NATO. Es gibt dieses Verfahren, das MAP-Verfahren, seit 1999. Seit 1994, als die Überlegungen zur NATO-Osterweiterung konkrete Form annahm, ich werde dazu noch genaueres ausführen, gab es auch innerhalb der NATO-Mitgliedsstaaten unterschiedliche Auffassungen, ob das eigentlich wirklich eine gute Idee ist, die NATO nach Osten zu erweitern und es gab also Fürsprecher und Gegensprecher. Der Kompromiss bestand in dem Verfahren des Membership Action Plans, also einem mehrjährigen, mehrstufigen Verfahren, wo es um rechtsstaatliche Angelegenheiten, aber dann natürlich vor allen Dingen auch um militärische Angelegenheiten geht, Interoperabilität herzustellen und so weiter, gemeinsame Manöver. Und das sollte in Bukarest mindestens beschlossen werden. Die amerikanische Regierung, Präsident Bush, ging eigentlich noch weiter. Bush wollte, dass die Ukraine im Schnellverfahren aufgenommen wird, ohne Membership Action Plan. Sie sehen also, von der amerikanischen Seite war schon erheblicher Druck dahinter. Sie wissen vermutlich, dass es zu dieser Entscheidung nicht gekommen ist, weil die deutsche Bundeskanzlerin, es war ein NATO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, eintägig am 3. April 2008 in Bukarest. Die deutsche Regierung war durch Bundeskanzlerin Merkel vertreten, die französische durch Staatspräsident Sarkozy und die beiden haben dem nicht zugestimmt. Ich werde, die NATO-Beschlüsse verlangen Einstimmigkeit aller Mitgliedstaaten. Ich werde dazu später noch ausführen. Im Vorfeld dieser Konferenz, dieses NATO-Gipfels, sandte also Burns diese E-Mail an Condoleezza Rice. Sie war als geheim eingestuft und ist einige Jahre später deklassifiziert worden und von Burns in seinen Memoiren, die 2019 erschienen sind, unter dem Titel The Back Channel, in Auszügen veröffentlicht worden. Ich würde allen raten, die jetzt ungünstig sitzen, sich vielleicht von den Stühlen her so zu positionieren, dass sie die Projektionen sehen können. Es folgt jetzt nämlich einer Reihe von Folien, sodass sie also nicht einen steifen Hals bekommen, früher oder später. Ich verlese Ihnen die hier gelb unterlegte Stelle aus dem Buch von Burns. Die Ukraine-Ukraine-Ukraine in NATO ist die leitest von allen Reden-Linen für die Russische Elite, nicht nur Putin. In mehr als zwei und ein halb Jahre von Gesprächen mit den key Russischen Spieler, von knuckled-dragers in den dunklen Recessen des Kremlens, zu Putin's sharpesten liberalen Kritik, I have yet to find anyone who views Ukraine and NATO as anything other than a direct challenge to Russian interests. At this stage, a MAP offer would be seen not as a technical step along a road, a long road toward membership, but as throwing down the strategic gauntlet. Today's Russia will respond. Russian-Ukrainian relations will go into a deep freeze. It will create a fertile soil for Russian meddling in Crimea and eastern Ukraine. Ich übersetze das vorsorglich. Die Aufnahme der Ukraine in die NATO ist die leuchtendste oder hellste aller roten Linien für die russische Elite, nicht nur für Putin. Nach mehr als zweieinhalb Jahren Gesprächen hier, von Primitivlingen in den finstersten Winkeln des Kremls bis hin zu Putins schärfsten liberalen Kritikern, bin ich noch auf niemanden, und er meint hier wirklich auf keinen einzigen gestoßen, getroffen, der eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine als etwas anderes betrachten würde als eine direkte Verletzung russischer Interessen. In der derzeitigen Situation würde ein MAP-Angebot nicht als förmlicher Schritt auf einem langen Weg zur Mitgliedschaft gesehen, sondern als das Hinwerfen des strategischen Federhandschuhs. Das ist throwing down the strategic gauntlet. Das ist der strategische Federhandschuh, das heißt als Aufforderung zum Kampf. Das heutige Russland wird darauf reagieren. Das ist ein Bezug darauf, dass Russland das Trauma des Jelzin-Jahrzehnts hinter sich gehabt hat. Da hätte es nämlich nicht reagieren können. Das heutige Russland wird darauf reagieren. Die russisch-ukrainischen Beziehungen werden erstarren. Russland wird sich veranlasst sehen, auf der Krim und in der Ostukraine einzugreifen. William J. Burns, US-Botschafter in Moskau, zwei Monate vor dem NATO-Gipfel in Bukarest an seine Außenministerin. Auf dem NATO-Gipfel wurde im Schlusskommuniqué unter Punkt 23 folgendes verkündet. NATO welcomes Ukraine's and Georgia's Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO. We agree today that these countries will become members of NATO. Ich hatte es Ihnen eben schon erläutert, es gab das Veto von Merkel und Sarkozy gegen die Eröffnung des MAP. Diese Formulierung haben Sie nicht verhindern können. Es wurde beschlossen, dass die MAP-Entscheidung auf den kommenden NATO-Gipfel Anfang Dezember in Brüssel, ein Gipfel der Außenminister, vertagt wird. Er wurde dann auch tatsächlich Nord behandelt, komme ich später zu. Aber wenn man es jetzt unter der langfristigen Perspektive betrachtet, muss man sagen, eigentlich war es kein Erfolg für Merkel und Sarkozy. Man könnte ja in diesem Moment glauben, oh, die nicht-amerikanischen NATO-Mitglieder haben ja tatsächlich Handlungsmöglichkeiten. Sie konnten den Bush-Wunsch verhindern, an der sofortigen Aufnahme der Ukraine. Nicht einmal MAP hat er hier durchbekommen. Weil durch das Verhalten von Putin, der ja als Gast auf dem Gipfel war, klar war, das hat Merkel später auch gesagt, dass das geht über Leads into trouble, um es Englisch zu sagen. Tatsächlich sind aber die Probleme, die für die Ukraine daraus entstanden sind, noch größer. Denn jetzt steht die Zusage im Raum, aber es sind keine Garantien damit verbunden, keine Schutzgarantien. Und genau diese Zwitterstellung sollte der Ukraine zum Verhängnis werden. Wenn es noch einer Begründung bedurft hätte, dass wir es beim Ukraine-Konflikt in Wahrheit mit einem US-amerikanisch-russischen Konflikt zu tun haben, dann dürfte er mit diesem Dokument, dem Dokument von Burns, ausgeräumt sein. Und damit ist auch klar, dass es sich hier um einen Fall von Geopolitik handelt. Und ich empfehle Ihnen allen, wenn Sie in Diskussionen geraten über die Ukraine-Problematik, bestehen Sie zu Beginn darauf, dass die einschlägige Kategorie aufgerufen wird, nämlich die Kategorie der Geopolitik. Denn dann können Sie die erforderlichen Ableitungen vornehmen und auch die Einordnungen vornehmen, die das Narrativ, dass es sich gewissermaßen um Putins Privatkrieg hier handelt, entzaubern. Ich verwende den Begriff, den Ausdruck der Geopolitik hier nicht historisch-philologisch, wie es zu Beginn der Tagung gewesen ist, sondern ich verwende ihn pragmatisch. Wenn Sie eine Arbeitsdefinition brauchen für Geopolitik, dann würde ich Ihnen raten, auf den Handlungsbegriff von Max Weber zu rekurrieren. Sie wissen, Verhalten, das ist der Oberbegriff dazu, Verhalten wird verstanden als jede Zustandsänderung eines Organismus, also hier eine Organisation. Handeln ist bei Weber jedes Verhalten, das für den Handelnden mit einem subjektiven Sinn verbunden ist. Wenn ich also beispielsweise einen Regenschirm aufspanne, ist das eine Handlung, solange ich allein bin. Wenn ich nicht allein bin und auch viele andere Fälle, wo man in diesem Sinne handelt, aber nicht alleine ist, dann spricht Weber von sozialem Handeln. Soziales Handeln ist bei Weber definiert als ein Handeln, das von dem bei den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und in seinem Ablauf daran orientiert ist. Das ist die Definition von Weber. Soziales Handeln ist ein Handeln, das in dem von von dem Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen ist und in seinem Ablauf daran orientiert ist. Das können Sie jetzt praktisch auf Geopolitik übertragen. Geopolitik wäre demnach das Handeln von Großmächten, das seiner Intention nach auf das Verhalten anderer Staaten bezogen und in seinem Ablauf daran orientiert ist. Und das Ergebnis eines solchen Handelns ist das System der internationalen Beziehungen. Das System der internationalen Beziehungen, das bedarf keiner besonderen Erklärung, ist ein denkbar großes und komplexes System und man ist gut beraten, sich bei der Befassung mit diesem Komplex nicht einfach loszupreschen, sondern so frei die Gedanken auch sein mögen, ist man gut beraten, die intellektuelle Vorarbeit zur Kenntnis zu nehmen, die dazu schon geleistet wurde. Ich werde Ihnen im Folgenden eine bedeutende Theorie der internationalen Beziehungen vorstellen, nämlich die Realismustheorie der internationalen Beziehungen, die nach meiner Überzeugung die besten Erklärungen bietet für das Geschehen in der Ukraine und im Anschluss nach diesen theoretischen Darlegungen werde ich versuchen, die konkreten Ereignisse in der Ukraine darauf zu beziehen und sie mit ihrer Hilfe zu erklären. Die Realismustheorie weist inzwischen mehrere Schulen auf. Es gibt den klassischen Realismus nach Hans Morgenthaler, Politics Among Nations, the Struggle for Power and Peace von 1948, ist gewissermaßen die Gründungsschrift und es haben sich danach zwei Strömungen herausgebildet, die unter der Bezeichnung Neorealismus bekannt sind. Einige von Ihnen kennen das, das haben die Diskussionen der vergangenen Tage gezeigt. Es wird unterschieden zwischen dem defensiven Realismus und dem offensiven Realismus. Der Defensive Realismus wird führend vertreten von Kenneth Waltz, Theory of International Politics und der offensive Realismus von John Mersheimer, The Strategy of Great Power Politics 2001. Es gibt einige Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Schulen, gemeinsame grundlegende Annahmen, aber es gibt auch ein paar Unterschiede, die wichtig sind. Erste grundlegende Gemeinsamkeit, Akteure in den internationalen Beziehungen sind Staaten und nur Staaten. Die heute manchmal diskutierte Annahme, dass es auch nichtstaatliche Akteure gibt, die hier wirken, also zum Beispiel internationalen Organisationen, transnationale Unternehmen, wird von den Realisten nicht anerkannt. Die machen, die können Wirkungen in verschiedener Hinsicht entfalten, aber sie machen keine Außenpolitik. Mersheimer betont, dass für das System der internationalen Beziehungen wirklich relevant nur das Handeln von Großmächten ist. Klein- und Mittelmächte haben keine eigenen, können keine eigene geopolitische Agenda verfolgen. Sie sind vielmehr gut beraten, wenn nicht gezwungen, sich in ihrem Außen- und sicherheitspolitischen Verhalten oder Handeln an den Interessen und der Politik der relevanten Großmächte zu orientieren. Tun sie das nicht, haben sie Konsequenzen zu gegenwärtigen, zu gewärtigen, unangenehme Konsequenzen, im äußersten Fall Krieg. Schon das können sie eigentlich auf die Situation der Ukraine beziehen. Es wird ja oft gesagt und auch zu Recht gesagt, die Ukraine ist ein unabhängiger, souveräner Staat. Budapestermemorandum 1994 ist anerkannt worden, auch von Russland. Die Ukraine ist ein unabhängiger Staat, souverän. Und natürlich kann ein unabhängiger, souveräner Staat frei darüber entscheiden, in welchem Bündnis er Mitglied sein möchte. Man könnte einwenden, das Argument können Sie sich für die Debatten, in die Sie gelangen mögen, schon mal aufheben, dass natürlich das Bündnis nicht verpflichtet ist, dem auch zuzustimmen. Das Bündnis könnte ja sagen, also lieber Freund, wir verstehen dein Begehren, aber wir glauben, dass es in Anbetracht der Gesamtsituation besser sein könnte, wenn du neutral wirst und nicht bei uns Mitglied wirst, könnte das Bündnis sagen. Die Realisten würden sagen, eine Klein- oder Mittelmacht muss auf jeden Fall beachten, wie ihr außenpolitisches Verhandlungen und wie auch ihre Bündnisentscheidungen von der für sie relevanten Großmacht genommen werden. Wenn nicht, wird die sich melden. Großmächte definieren sich in der Realismustheorie primär nach ihrer militärischen Stärke. Andere Faktoren, die Größe des Territoriums, die Größe der Bevölkerung sind Voraussetzungen dafür, aber noch nicht an sich führen, führen sie auch zu militärischer Stärke. Es braucht auch einen Stand der technologischen Entwicklung, es braucht die Verfügung über Rohstoffe und auf dieser Basis kann, muss aber nicht die militärische Stärke entstehen. Möschheimer führt aus, dass verschiedene Faktoren gewissermaßen Moderatorvariablen eintreten können, was die Transformation von wirtschaftlicher Leistungskraft in militärische Stärke betrifft. Da spielen auch politische Entscheidungen eine Rolle, also welchen Aufwand eine Regierung, ein Staat tatsächlich betreiben will. Man kann mehr und man kann weniger tun. Wem sage ich das in Deutschland? Für den Großmachtstatus ausschlaggebend ist aber letztlich die tatsächliche Transformation in militärische Leistungsfähigkeit. Also merken Sie sich, Geopolitik wird nach der Realismustheorie von Großmächten und nur von Großmächten bestimmt. Zweite gemeinsame grundlegende Annahme, das internationale System ist anarchisch. Das bedeutet nicht, dass es per se chaotisch oder von Unordnung zerrissen wäre und die anarchische Verfassung führt auch nicht per se zum Konflikt. Anarchie bedeutet wörtlich das Fehlen von Herrschaft. Es bedeutet einfach nur, dass es keine den Staaten übergeordnete zentrale Autorität gibt. Andernfalls wären die Staaten im strengen Sinne die Großmächte auch nicht souverän. Die Machtstrukturen, die Struktur des internationalen Systems sind daher auch nicht dauerhaft, sondern verändern sich, weil es eben nicht diese überordnete Instanz gibt, die die Ordnung wiederherstellen würde. Sie verändern sich je nach Aktivitätsgraden und Erfolgen der Großmächte im ewigen Machtkampf. Dritte gemeinsame grundlegende Annahme ist das Streben nach Macht. Großmächte streben nach Macht und zwar so viel wie möglich. An diesem Punkt, ich habe etwas vorgegriffen, gerade mit dem letzten Satz muss ich etwas modifizieren. Zunächst zur Erklärung der Macht, des Machtstrebens in den verschiedenen Schulen des Realismus. Der klassische Realismus nach Morgentau wählt eine anthropologische Begründung. Das heißt, das Machtstreben ist im natürlichen Machtstreben des Menschen begründet. Die defensiven Realisten anerkennen das Machtstreben, sagen aber, dass es eine Grenze gibt. Es wird nur so viel Macht angestrebt, wie erforderlich ist, um Balance of Power zu erreichen. Wenn das der Fall ist, lässt man gewissermaßen mit der Anstrengung nach, weil natürlich weiterer Machtzuwachs ressourcenintensiv ist, die man auch woanders gebrauchen kann. Daher defensiver Realismus kein unbegrenztes Machtstreben. Die offensiven Realisten, Mörsheimer, gehen hier, und deswegen heißen sie auch offensive Realisten, gehen weiter. Das Machtstreben ist gewissermaßen unersättlich. Es kann nie genug sein. Wie sich das erklärt, werde ich gleich noch ein bisschen genauer ausführen, wenn wir auf Mörsheimer selbst zu sprechen kommen. Aber es gilt hier im offensiven Realismus, jede sich bietende Chance, die Machtoptionen zu erweitern, wird genutzt. Machtstreben von Großmächten ruft gegen Aktivität bei anderen Großmächten hervor. Die Großmächte beäugen sich wechselseitig, misstrauisch. Nicht nur in militärischer Hinsicht, auch in anderer Hinsicht, wirtschaftlich. Von ihren Beziehungen her, von den Handlungsoptionen, die sie aufbauen. Und wenn es nicht reicht, werden sie Partner suchen. Wenn ich alleine eine aufstrebende Großmacht bzw. eine Großmacht, die den Hegemoniestatus anstrebt, wenn ich sie alleine nicht ausbalancieren kann, dann suche ich Partner. Ein beliebtes Spiel in dieser Situation ist das sogenannte Bugpassing. Bugpassing bedeutet, dass man auch versucht, erstmal jemand anderen vorzuschieben, dass der Balancing betreibt, dass der den Aufwand betreibt. Denn es ist immer für einen Staat Stress, einen Vorsprung des anderen auszugleichen. Denken Sie an das Wettrüsten. Im konventionellen Bereich, im nuklearen Bereich, im technischen Bereich. Wenn Balance of Power erreicht ist, wie zum Beispiel lange Zeit, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bipolare Weltordnung, herrscht Ruhe. Weitgehend. Zumindest zwischen den Großmächten. Dieser wichtiger, ich möchte sagen, sehr wichtiger gemeinsamer Punkt, der aber nicht konstitutiv ist für das Machtstreben der Staaten, der aber konstitutiv ist für die Realismustheorie, betrifft die Tatsache, dass die innere Verfassung der Staaten, ihr politisches System für ihr außenpolitisches Handeln irrelevant ist. Das müsste eigentlich jeden erstaunen, weil die Debatten, die geführt werden, ja oftmals Systemvergleichsdebatten sind. Wir haben ja gerne die Guten und die Bösen und das irgendwie Bessere und das Schlechtere, das Gerechte und das Demokratische und das Autoritäre System. Und die Realisten bestreiten auch nicht, dass man solche Unterscheidungen vornehmen kann. Dass man auch unter mancherlei Aspekten Bewertungen vornehmen kann. Sie sagen nur, für das außenpolitische Handeln der Staaten ist das irrelevant. Der militaristischste Staat, der Gegenwart, sind die USA, eine Demokratie. Die USA haben viele Kriege geführt, das wissen wir alle. Es ist also nicht so, dass Demokratie zu einer Einstellung der militärischen Aggression führen würde. Im Gegenteil. Die herrschende Ideologie im außenpolitischen Establishment von Washington, nämlich die Ideologie der liberalen Hegemonie, verlangt Interventionen. Warum ist das so? Weil die liberale Ideologie vom Individuum ausgeht. Wenn ich das nun in meinem eigenen Staat realisiert habe, aber feststellen muss, dass in anderen Staaten die Menschenrechte verletzt werden und ich über die Machtmittel verfüge, den Menschen dort ihre Rechte zu geben, dann ist ein sehr starker Anreiz gegeben, das auch tatsächlich zu tun und zu intervenieren. Die Menschen haben nach der Ideologie der liberalen Hegemonie überall auf der Welt die gleichen Rechte. Das impliziert auch einen Aspekt von Grenzenlosigkeit. Und wenn sie verletzt werden, bin ich aufgefordert und über die Mittel dazu verfüge, das zu ändern, bin ich aufgefordert, das zu tun. Also an Bewertungen, Bewertungsmöglichkeiten mangelt es nicht. Nur die Realisten sagen, für das außenpolitische Handeln der Staaten ist das vollkommen irrelevant. Lassen wir uns nun einen Blick auf die spezielle Argumentationskonfiguration bei Mersheimer in seinem Werk The Tragedy of Great Power Politics werfen. Bei Mersheimer, jetzt kommen wir in den wissenschaftstheoretischen Teil des Vortrags bei Mersheimer, sind fünf Grundannahmen entscheidend. Die erste kennen Sie, das internationale System ist anarchisch. Zweitens, Großmächte verfügen über ein militärisches Offensivpotenzial, das sie zur gegenseitigen Beschädigung bis hin zur Vernichtung befähigt. Drittens, Großmächte haben niemals Gewissheit über die Intentionen und die wahren militärischen Fähigkeiten anderer Mächte. Viertens, Selbsterhalt, im englischen Survival ist das primäre Ziel von Großmächten. Und fünftens, Großmächte sind rationale Akteure. Warum ist das jetzt wissenschaftstheoretisch wichtig? Das ganze Argumentationssystem von Mersheimer funktioniert nur, wenn diese Aussagen, jede dieser Aussagen für sich unabhängig von Empirie Gültigkeit beanspruchen kann. Wenn es so wäre, dass er diese Aussagen aus der Historie ableitet, aha, die Staaten tun dies und das, und daraufhin diese Annahmen formuliert, als Gesetzmäßigkeiten, dann würde er im Grunde genommen induktiv vorgehen und könnte nicht hinterher gewissermaßen einen Blick in die Geschichte werfen, um zu gucken, ob es denn jetzt stimmt. Das wäre dann ein reiner Zirkelschluss. In der Wissenschaftstheorie muss man also ein Begründungsniveau finden, das von Empirie unabhängig ist. Das ist nicht so einfach. Sie kommen nämlich sehr schnell in den sogenannten Begründungs- oder Kausalregress rein und es gibt endlose Debatten darüber, wann der eigentlich anzuhalten ist. Jede Begründung hat auch wiederum ihre Begründung, die ihre Begründung hat und dann irgendwann landen sie halt bei Gott. Die Philosophen brechen sehr viel früher ab, da gibt es verschiedene Konzepte. Sie kennen das wahrscheinlich. Es gibt das Konzept der dogmatischen Setzung, es gibt den Axiomsbegriff und es gibt das Argument der Evidenz. Wenn ein Argument evident ist, bedarf es keiner weiteren Ableitung und das ist das, was hier beansprucht wird. Also Beispiel eins, das internationale System ist anarchisch. Das besagt einfach nur, dass es eben keine Herrschaft gibt und das ist so. Das heißt, es gibt keine Instanz, die dafür sorgen könnte, dass die Elemente in diesem System nach der Ordnung dieser übergeordneten Instanz sich zu verhalten hätten. So und das gilt auch für die weiteren vier Punkte. Großmächte verfügen über militärisches Offensivpotenzial, das sie zur gegenseitigen Beschädigung bis hin zur Vernichtung befähigt. Das ist auch eine in sich evidente Aussage, die noch nicht impliziert, dass sie das auch tatsächlich tun. Dieser Satz impliziert das noch nicht. Drittens, Großmächte haben niemals Gewissheit über die Intentionen und die wahren militärischen Fähigkeiten anderer Mächte. Da könnte man praktisch im täglichen Leben anfangen. Wissen wir wirklich, was unser Gegenüber vorhat, was die Intentionen sind? Ein Großteil unserer kognitiven Aktivität besteht genau darin herauszufinden, was die anderen, was unsere Interaktionspartner eigentlich wirklich wollen. Auf der Ebene von Staaten ist das praktisch undurchdringbar. Höchste Ungewissheit, zumal Lügen, Täuschen selbstverständlich sind, auch in den normalen menschlichen Beziehungen wird gelogen, wird getäuscht, wird geheuchelt, werden geheime Pläne entwickelt, wie man ein Ziel erreicht. Ja und erst recht natürlich in den Beziehungen zwischen Staaten. Das heißt, es gibt niemals Gewissheit über die Intentionen und wahren militärischen Fähigkeiten anderer Mächte Gewissheit zu erlangen. Selbsterhalt ist das primäre Ziel von Großmächten. Das betrifft territoriale Integrität, aber auch den Erhalt des politischen Systems. Der letzte Punkt, Großmächte sind rationale Akteure, ist eine Anleihe Mershamers bei den modernen Handlungstheorien, also bei den Rational-Choice-Theorien. Die Rational-Choice-Theorien beziehen sich auf das Handeln von Individuen. Im Kern betrachten sie den Menschen als einen Nutzenmaximierer. Das heißt, Menschen nehmen bei ihren Handlungsentscheidungen Situationsanalysen vor und wählen dann die Entscheidung, die ihnen den maximalen Nutzen bringt. Das ist Rational-Choice und das wird hier übertragen auf Staaten als Akteure großmächte und rationale Akteure. Sie nehmen also Situationsanalysen vor und wählen dann diejenige Option, die für sie den meisten Nutzen bringt. Die fundamentale Logik des Ganzen ist also ein Streben nach Sicherheit unter Bedingungen der Ungewissheit. Und Mershamer argumentiert im nächsten Schritt, keines dieser Elemente führt an sich zu aggressiven Verhalten von Großmächten. Aber im Zusammenspiel tun sie genau das. When the five assumptions are married together, they create powerful incentives for great powers to think and act offensively with regard to each other. Lassen Sie sich jetzt noch zwei Aspekte vertiefen, die bei Mershamer besonders ausgeführt werden, nämlich erstens das Streben nach Hegemonie. Großmächte streben globale Hegemonie an, die ist aber nicht erreichbar. Haupthindernis sind die Ozeane. Militärisch entscheidend ist nach Mershamer immer die Armee. Luftwaffe und Marine können unterstützend wirken, tun sie auch, aber sie geben nicht den Ausschlag. Ausschlagend ist Landpower. Globale Hegemonie bleibt aber das Ziel, weil nur dann die Großmacht absolute Gewissheit hat. Wir werden gewissermaßen bei tatsächlichem Erreichen von globaler Hegemonie durch eine Großmacht bei Kants ewigen Frieden angelangt. Dann herrscht Ruhe. Es gibt keinen Grund mehr zum Wettstreit, zur Aggression. Tatsächlich ist aber der beste erreichbare Status ein regionaler Hegemon zu werden. Das gibt es mehrfach und wiederholt. Die USA beispielsweise sind unstrittig der Regionalhegemon in den amerikanischen Kontinenten. Das Streben der Großmächte ist also das, den Hegemoniestatus in der Region, in der Großregion zu erreichen und das wäre dann auch das Sprungbrett für globale Hegemonie. Wie gesagt, die wird tatsächlich nicht erreicht, jedenfalls bis auf weiteres, aber es ist immer der Anreiz da im offensiven Realismus, weil es ja nie genug sein kann. Die defensiven Realisten sagen, es genügt. Wenn ich regionaler Hegemon bin, da gibt es irgendwo noch einen anderen, den beobachte ich, aber es kann so bleiben, wie es ist dann. Die Offensiven sagen, nein, jede sich bietende Gelegenheit wird genutzt, um die Machtoptionen zu erweitern. Viertens, jeder regionale Hegemon versucht zu verhindern, dass andere Großmächte in ihrer Region Hegemoniestatus erlangen. Zu dieser wechselseitigen Beobachtung gehört also, wer ist im Begriff in seiner Region den Status des Hegemons zu erlangen? Kann ich das verhindern möglicherweise? Also es geht nicht nur darum, eigene Aktivität zu entwickeln, sondern auch Aktivitäten anderer zu behindern. Zu verhindern, dass sie diesen Status in ihrer Region erlangen. Und besonders günstig ist es natürlich, wenn ich dafür Ressourcen einsetzen kann, die mich nicht unmittelbar betreffen. Also wenn ich zum Beispiel jemand anderen vorschicken kann, der sich mit diesem aufstrebenden Regionalhegemon anlegt. Sie sehen schon, wie die Theorie hier für die Situation in der Ukraine greift. Die ideale Situation für jede Großmacht ist es, einziger Regionalhegemon weltweit zu sein. Wenn schon globale Hegemonie nicht wirklich erreichbar ist, dann ist es das Beste, gewissermaßen das Zweitbeste, der einzige Regionalhegemon zu sein. Zweiter Aspekt, der bei Mersheimer in einem eigenen Kapitel ausgeführt wird, Macht und Angst. Power and Fear. Macht erzeugt Angst. Zumal es keine Instanz gibt, an die man sich um Hilfe wenden kann. Und wenn wir Angst haben, ist ein natürlicher Reflex, wer kann mir helfen? Wofür finde ich Hilfe? Die gibt es nicht. Im internationalen System, in dem anarchischen System gibt es diese Hilfe nicht. Es ist also ein Selbsthilfesystem. Jeder muss dafür sorgen, dass er selbst so stark wie möglich ist. Je mehr Macht ein Staat besitzt, desto größer ist die Angst, die er bei seinen Rivalen hervorruft. Auch das ein einleuchtender Satz. Und den vierten Punkt gebe ich im originalen Englischen wieder. A scared state will look especially hard for ways to enhance its security and it will be disposed to pursue risky policies to achieve that end. Also wenn eine Großmacht sich in die Enge gedrückt fühlt, durch die immer größere Macht einer anderen Großmacht, dann kann sie auch sehr gefährliche Strategien wählen, um aus dieser Situation herauszukommen. Sie kann auch zum Mittel des Krieges greifen. Soweit die theoretischen Ausführungen und ich möchte das nun im nächsten Schritt auf die Historie der amerikanisch-russisch-ukrainischen Beziehungen beziehen. Viele Autoren, auch Möschheimer, setzen als entscheidendes Datum an den schon hier vorgestellten NATO-Gipfel im April 2008 in Bukarest. Aber ich dachte mir, wenn man Möschheimer genau liest, dann gibt es doch eigentlich eine Situation, wo die Theorie sehr konkret greift, nämlich deutlich früher und sehr konkret greift, nämlich mit der Auflösung der Sowjetunion 1991. Auflösung der Sowjetunion bedeutete doch eigentlich, dass von den beiden Regionalhegemonen, die es während der Zeit des Kalten Krieges gegeben hatte, einer geschwächt ist. Er ist nicht vom Platz, aber er ist doch geschwächt. Ja, ist das nicht der Moment, wo man zugreifen muss, wo man zuschlagen muss. Die offensiven Realisten würden sagen, natürlich. Es ist doch klar, dass dieses Land jetzt erstmal in seine post-sowjetische Transformationskrise hineingerät, wie wir sie im Nachhinein genannt haben. Wir wissen alle, dass das Yeltsin-Jahrzehnt für Russland ein Trauma war. Aber für den Hegemon auf der anderen Seite des Atlantiks muss es eigentlich klar sein, dass das die Chance ist, zuzustoßen. Nun gibt es natürlich das Problem, dass man ja versprochen hatte, dass sich die NATO nicht nach Osten erweitert. Große Debatte in der ganzen Angelegenheit. Ich nehme an, viele von Ihnen kennen das auch. Also die Frage, gab es im Rahmen der 2-plus-4-Verhandlungen eine Zusage, dass sich die NATO nicht nach Osten erweitert. Wir brauchen das hier im Einzelnen nicht darzulegen. Fazit ist, es gab jede Menge mündliche Versicherungen, aber es gab keine schriftliche Vereinbarung. Das ist das Fazit der Debatte. Hochinteressant, also man könnte darüber ganze, ich nehme an, dass man darüber sogar eine Dissertation schreiben könnte, denn die Amerikaner haben ja die ganzen Dokumente freigegeben. Das finden Sie auf einer Seite der George Washington Universität, finden Sie hunderte von Dokumenten genau zu diesem Thema. Da können Sie wochenlang drin stöbern. Die Souveränität, wenn ich das hier in Parenthese sagen darf, die Souveränität der USA und des amerikanischen Modells zeigt sich unter anderem darin, dass man seine Absichten, seine Pläne oftmals ganz offen aussprechen kann und die Dokumente zugänglich macht. Ich meine, denken Sie an Papiere wie die großen Schriften der RAND Corporation von 2019, wo klipp und klar gesagt wird, Overextending and Disbalancing Russia, das ist das Programm. Denken Sie an die Wolfowitz-Doktrin, wo klar gesagt wird, 1991, die Stunde des einzigen Hegemons ist gekommen. Ob er ein globaler wird, sei dahingestellt, aber zumindest der einzige regionale. Die Regierung Bush, der Ältere, war zunächst immer zögerlich, in dieser Richtung vorzugehen. Man wusste, ja, was man eigentlich gesagt hatte, was man versprochen hatte. Und die Russen haben auch immer wieder hinterher den Vertrauensbruch beklagt. Es sei zwar mündlich immer wieder zugesichert worden, keine NATO-Osterweiterungen. Ja, und wenn dann hinterher auf die fehlende Schriftlichkeit verwiesen wird, fühlte man sich halt irgendwo hintergangen. Das ist der von den Russen immer wieder beklagte Vertrauensbruch. Die Regierung George Bush, der Ältere, war zögerlich. 1993 kommt Bill Clinton ins Amt. 1994, im Januar, geht es los. Januar 1994, Anfang Januar, verabschiedet der amerikanische Senat eine Resolution, in der die Osterweiterung der NATO verlangt wird. Noch im selben Monat tagt ein NATO-Gipfel in Brüssel, berät darüber und empfiehlt den Mitgliedstaaten, in dieser Richtung vorzugehen. Also NATO-Osterweiterung. Januar 1994, April 1994, der amerikanische Kongress beschließt den NATO Enlargement Act, der den Präsidenten dazu auffordert, einen Plan zu entwickeln für die Osterweiterung der NATO. April 1994. Sie wissen, die erste Tranche der NATO-Osterweiterung erfolgte dann 1999 mit Polen, Ungarn und Tschechien als ersten neun Mitgliedern. Und das ist der Typ Bedarf einer Vorarbeit, das ist klar. Und die Amerikaner wissen auch, also es muss auch jetzt mit den Russen gesprochen werden. Wird also der NATO-Russland-Rat ins Leben gerufen, 1997. Gleichzeitig beginnen aber auch schon Gespräche mit der Ukraine. Clinton treibt das Ganze voran und, wie schon mehrfach gesagt, Russland befindet sich in einer Situation der Schwäche. Einbruch der Wirtschaft. Jelzin in der Krise als Staatspräsident, 1996, als die Wiederwahl ansteht, bei den Umfragen 4%. Es droht, dass Dschuganov, der 40% hat bei den Umfragen, der Altkommunist das Ganze wieder übernimmt. Die Russen waren alles andere, die russische Bevölkerung war alles andere. Als froh über das, was der Liberalismus, die liberale Demokratie in ihr Land brachte. Große Teile der Bevölkerung, zwei Drittel der Bevölkerung lebten in Armut. Die Lebenserwartung ging zurück, unter 60 Jahre. Während gleichzeitig das System entstand, das wir heute als die russische Oligarchie bezeichnen. Gleichzeitig kommt es also zu, dass das alte sowjetische Staatseigentum praktisch vereinnahmt wird, von einer kleinen, reichen und vom IWF mit den entsprechenden Kreditmitteln ausgestatteten Elite aufgekauft wird und es dann zu ihrem Eigentum macht. Russland kann dem nichts entgegenstellen. Das heißt, entsprechend der Theorie nutzen die Amerikaner die Schwäche des Gegners aus und treiben die NATO-Osterweiterung voran. Im Jahr 2000 wird Wladimir Putin russischer Präsident und wie wir heute wissen, ist Putin entschlossen, sein Land wieder auf die Beine zu stellen. Er braucht dafür Hilfe. Es ist ihm klar, dass er es nicht alleine schaffen kann und ich habe auch mit Kollegen Theisen darüber gesprochen, war das, was Putin bei seiner berühmten Rede im Deutschen Bundestag im September 2001 gesagt hat, war das eigentlich ernst, diese einerseits ausgestreckte Hand, aber doch auch die offensichtliche Suche nach Partnerschaft oder war das alles, wie man ja bei Putin immer annehmen muss, alles nur ein einziges Täuschungs- und Lügenmanöver. Man weiß es letztlich nicht, ich sprach eben schon von der Ungewissheit, man weiß es letztlich nie, was im Kopf des anderen vorgeht, aber es spricht doch manches dafür, auch rationale Überlegungen sprechen dafür, dass Putin das ernst meinte, denn er brauchte Partner, um sein Land wieder aufzurichten. 2001 wird George W. Bush, Bush der jüngere Präsident der Vereinigten Staaten und Bush stößt sofort nach. 2002 kündigen die USA nach 30 Jahren den ABM-Vertrag. 1972 geschlossen. Der ABM-Vertrag, also ABM Anti-Ballistic Missiles, ist ein Vertrag, der die Begrenzung von Defensivwaffen, zwischen den beiden Atommächten, regelt. Warum die Begrenzung von Defensivwaffen? Die Antiballistic Missiles dienen ja dem Abschuss von Mittel- und Langstreckenraketen. Die Begrenzung deshalb, es war also Teil dieser Rationalität zwischen den Großmächten, zwischen den beiden Nuklearmächten, sich sozusagen nicht wirklich gegenseitig auslöschen zu wollen, dass man auch diese Waffensysteme begrenzt, weil, wenn einer von beiden über so viele ABMs verfügt, dass er die Gegenschlagsoption des anderen neutralisieren kann, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, von der eigenen Erstschlagsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Und diese Psychologie wollte man vorbeugen. Bush kündigt das 2002. Also als Russland wirtschaftlich am Boden liegt und diese Technologie ist extrem ressourcenintensiv. Die Russen können das gar nicht schaffen, da mitzuhalten bei dem, was die Amerikaner jetzt vorhaben. Aber die offizielle Erklärung der Amerikaner, naja, es geht uns da doch darum, den Iran in Schach zu halten perspektivisch. Der Iran arbeitet doch an einem Atomprogramm. Darum geht es. Wir wollen in Europa, das wird sozusagen jetzt schon vorgedacht, wir wollen in Europa ABM-Systeme gegen den Iran installieren. Und Putin, clever wie er ist, sagt, ja, so, ihr könnt unsere Basen in Aserbaidschan benutzen. Da seid ihr noch viel näher am Iran dran. Kein Problem. Das wollten die Amerikaner nicht. Nein, nein, wir suchen uns unsere eigenen Orte. Es hat sich lange hingezogen, weil diese Technologie sehr anspruchsvoll ist. Aber Sie wissen, wo die Systeme heute stehen. Sie stehen in Rumänien und in Polen. Immer wieder heißt es, sie sind gegen den Iran gerichtet. Es sind sowieso reine Defensivsysteme. Die Wahrheit ist, dieselben Systeme, dieselben Abschussrampen, die MK41-Systeme, können auch ballistische Raketen abschießen. Sie werden eingesetzt für ABMs, aber sie können selbst auch ballistische Raketen abschießen. So, wenn ein solches System in der Ukraine in der Nähe der russischen Grenze stationiert würde, würde sich die Vorwarnzeit für Moskau auf wenige Minuten reduzieren. Das heißt, die Bedrohung, von der Putin immer wieder gesprochen hat, die von einer NATO-Osterweiterung und die Ukraine ausgeht, und das ist das zentrale Problem, war nicht nur Angst aufgrund der Macht des Anderen, sondern sie hat tatsächlich auch konkrete militärische Implikationen. Die Ukraine betreibt unterdessen schon Vorfühlungen, was Mitgliedschaft in der NATO betrifft. Es sind sowieso schon die ständigen Ukraine-NATO-Konsultationen geschaffen worden in den 90er Jahren. Und was fast niemand weiß, ist, dass beim NATO-Gipfel 2002 in Prag der ukrainische Präsident Kutschmer Antrag gestellt hat auf Aufnahme in die NATO. Der erste formelle Antrag stammt aus dem Jahr 2002 und er ist bei jedem der folgenden Gipfel 2004, 2006, in der die großen Gipfel sind, alle zwei Jahre, ist er wiederholt worden. Ein zweites Mal von Kutschmer 2004. Und dann 2006 von Yushchenko. Es wurde von der NATO jedes Mal abgelehnt, aber man wies darauf hin, also macht erst mal das und das und das und wir haben ja eine Arbeitsgruppe und ihr müsst erst mal für geordnete Verhältnisse hier und dort sorgen und ihr guckt mal, wie ihr mit denen und jedem Waffensystem klarkommt und so weiter. Also es beginnt schon ein Aufbau. 2008 ist es dann soweit. 2007 im Februar, Sie wissen, Rede von Putin bei der Sicherheitskonferenz in München im Februar 2007. Putin kündigt an, er fühlt sich jetzt schon etwas erstarkt, er kündigt an, dass sich die geopolitischen Verhältnisse ändern müssen, dass es nicht mehr dabei bleiben kann, dass die NATO im Grunde genommen an die Stelle der UNO getreten ist, die ja Russland faktisch als Veto machte, der der UNO entmachtet. Er kündigt an, dass Russland wieder auf die geopolitische Bühne zurückkehren wird. Februar 2007. Die Antwort der USA kennen Sie schon. Das ist der NATO-Gipfel 2008. Der vierte Antrag der Ukraine ist erfolgreich, ist teilerfolgreich. Das heißt, es wird, wie vorhin verlesen, beschlossen, Ukraine and Georgia will become members, also eine Futurform, die gewählt wird, aber der Membership Action Plan wird durch das Veto von Merkel und Sarkozy noch nicht in Gang gesetzt. Das wird auf den Dezember verschoben. Wie war eigentlich in der ukrainischen Bevölkerung die Stimmung in diesen Fragen zu der Zeit? Ich zeige Ihnen hier im Vorfeld dieser ganzen Situation eine repräsentative Umfrage des Rasumkopf-Zentrums vom Oktober 2006. Das Rasumkopf-Zentrum ist unverdächtig. Es wird von der Washington Post in den höchsten Tönen gelobt. Sie brauchen also nicht zu befürchten, dass hier irgendwie pro-russische Daten abgebildet würden. Welche Orientierung der Außenpolitik sollte für die Ukraine Priorität besitzen? Antwort, Sie sehen den großen Block rechts, Russland 44,1%, Staaten der EU 30,1%, USA 1,9%. Das ist die Sichtweise der ukrainischen Bevölkerung. Denken Sie daran, zu dem Zeitpunkt haben bereits drei Aufnahmeanträge durch die ukrainischen Präsidenten auf Aufnahme in die NATO vorgelegen. also ganz offensichtlich am Willen und am Interesse der Bevölkerung vorbei. Ja, entgegen diesem Willen und Interesse. Wenn es nächste Woche ein Referendum über den Beitritt der Ukraine zur NATO gäbe, wie würden Sie abstimmen? 53,9% gegen den Beitritt, für den Beitritt 17,1%, wie gesagt, anderthalb Jahre später wird der Beitritt quasi beschlossen. Geht es Ihrer Meinung nach für die Ukraine eine Bedrohung aus von, jetzt schauen Sie mal, da haben wir ukrainische Machthaber. An erster Stelle ukrainische Machthaber stellen eine Bedrohung für die Ukraine dar. Sie sehen also, wie Vertrauen in die eigene Regierung besteht. Dann haben wir den internationalen, also fast 40%. Internationaler Terrorismus von der NATO gehen für ungefähr 37%. geht eine Bedrohung für die Ukraine aus. Von Russland weniger als 20%. Das ist die Situation im Vorfeld des NATO-Gipfels von Bukarest. Die Entscheidungen kennen Sie und dann tat im Dezember 2008, wie vereinbart, der Gipfel der Außenminister zusammen, um über das MAP für die Ukraine zu entscheiden. 4. Dezember 2008. MAP wird nicht beschlossen. Es scheitert am Veto des französischen Außenministers und des deutschen Außenministers Frank-Walter Steinmeier. Das ist der Grund, weshalb Steinmeier nach dem Ausbruch des Krieges in diesem Jahr zunächst mal einmal in der Ukraine zur unerwünschten Person erklärt worden war. Sie erinnern sich, es war in den Medien. Steinmeier wollen wir nicht. Aus genau dem Grund. Weil Steinmeier mit seinem Veto den Beginn, die Aufnahme des MAP für die Ukraine verhindert hat. Ob das gut und richtig war, ist nicht Frage der Wissenschaft zu beurteilen. Interessant ist, was machen die Amerikaner dann eigentlich? Was machen die Amerikaner? Sie machen es selbst. Zwei Wochen später, nach diesem NATO-Gipfel am 4. Dezember in Brüssel der Außenminister, reist der ukrainische Außenminister nach Washington und dort wird unterzeichnet von ihm und seiner Kollegin Condoleezza Rice die US-Ukraine Charter on Strategic Partnership. Die Amerikaner machen es einfach selbst. Wenn die NATO hier nicht funktioniert, wenn von diesem formellen Recht Gebrauch gemacht wird, dann macht es der Hegemon selbstverständlich selbst. Sie sehen hier, was Souveränität in den internationalen Beziehungen ist. Sie machen es einfach selbst. Und was steht da drin? Ich biete Ihnen hier nur zwei Auszüge. Section 2 Defense and Security Cooperation. The United States and Ukraine share vital interest in a strong independent and democratic Ukraine. Deepening Ukraine's integration into Euro-Atlantic institutions is a mutual priority. We plan to undertake a program of enhanced security cooperation intended to increase Ukrainian capabilities and to strengthen Ukraine's candidacy for NATO membership. Working within the framework of the NATO-Ukraine Commission, our goal is to gain agreement on a structured plan to increase interoperability and coordination of capabilities between NATO and Ukraine. Ganz wichtig, interoperability, das setzt voraus, Angleichung der Waffensysteme selbstverständlich und auch der Kommandostrukturen und so weiter, including via enhanced training and equipment for Ukrainian armed forces. Was passiert weiter? 2006 war der pro-westliche Viktor Yushchenko zum ukrainischen Präsident gewählt worden. Orangene Revolution, die Einzelheiten will ich jetzt hier nicht aufzählen, es würde zu lange dauern, aber der Kampf zwischen ihm und Yanukovic lief. 2010 wird unerwartet Yanukovic zum ukrainischen Präsidenten gewählt, Viktor Yanukovic, der oft als pro-russisch hingestellt wird, war er gar nicht. Yanukovic hat, obwohl natürlich auch er, zu ukrainischen Kleptokratie gehörte, Yanukovic hat das Konzept der sogenannten multivektoralen Außenpolitik verfolgt. Er hat sowohl mit der EU als auch mit Russland gute Beziehungen unterhalten wollen. Deswegen ist auch das Assoziierungsabkommen mit der EU kontinuierlich verfolgt worden während seiner Präsidentschaft. Yanukovic war sogar bereit 2012 den ersten Christopher Street Day in Kioch zuzulassen. War vielleicht persönlich nicht so begeistert davon, aber er fand tatsächlich statt. In Moskau hat es bisher noch keinen einzigen gegeben. Wurde immer verboten. Ich habe das gesagt, damit ich mal einen Zwischenfallfall von Ihnen bekomme. Der nächste war 2015 in der Ukraine und dann 2019, das aber nur am Rande. 2012 6000 Teilnehmer, vermutlich ein wesentlicher Teil nicht aus der Ukraine selbst, wurden von 6000 Polizisten geschützt. Yanukovic verfolgt, wie Sie wissen, die multivektorale Außenpolitik, das Assoziierungsabkommen mit der EU wird vorangetrieben und wir steuern jetzt auf diesen tragischen Moment in der Geschichte zu, auf den November bzw. Dezember 2013, wo Yanukovic wieder erwarten, von der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens zurücktritt. November, 21. November 2013. Warum tat er das? Weil er sich in der Zwickmühle befand. Die Forderung der EU nach Ausschließlichkeit in den Wirtschaftsbeziehungen also keine Zollfreiheit im Warenverkehr mit Russland, 60% des ukrainischen Außenhandels fanden mit Russland statt zu diesem Zeitpunkt, das muss man sich klar machen, 60%. Das soll praktisch alles abgeschnitten werden von der Zollfreiheit. stattdessen strikte Bedingungen zur innerstaatlichen Reform vom IWF, um die nötigen 17 Milliarden Euro als Kredit zu erhalten, um den ukrainischen Staatshaushalt wieder flüssig zu machen. Gleichzeitig bietet Putin eine deutliche Reduzierung der Energiepreise an und einen Kredit ohne besondere Bedingungen von 16 Milliarden Euro. Jenukovic entscheidet sich für Russland. Was daraufhin passiert, wissen Sie alle, es bricht der Euromaidan los. Der Euromaidan ist bisher in der Wissenschaft nicht aufgearbeitet. Die USA haben lange Zeit gewissermaßen als zweite und in der Tiefe wirkende Schiene als neben der Hard Power die Soft Power Schiene die zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Ukraine aufgebaut. Bis 2013 Victoria Newland hat es offen ausgesprochen, bis 2013 sind 5 Milliarden Dollar in diese Organisation gegangen, insbesondere National Endowment for Democracy. Das ist gewissermaßen die US-amerikanische regierungsnahe Agentur, die in den Target Countries die zivilgesellschaftlichen Strukturen aufbaut. 5 Milliarden Dollar. Das sind vor allen Dingen Studenten, Journalisten, Leute im Medienbereich, Selbstständige, sie werden darin instruiert, wie man die sozialen Netzwerke benutzt, um zu mobilisieren, zunächst mal kognitiv zu mobilisieren, dann aber auch konkret zu mobilisieren, auf die Straße zu gehen, weil sie genau wissen, die Amerikaner, erst wenn die Leute auf der Straße sind, ist der Druck richtig da. Und genau dazu kommt es. Das heißt, im Dezember 2013 ist es soweit, die Maschinerie wird angeschoben und es ist belegt, dass die USA im Hintergrund die Fäden ziehen. Es ist keine Verschwörungstheorie, kein Mythos, sondern sie wissen, oder wissen es vielleicht auch nicht, dass es das abgehörte Telefonat von Victoria Newland und Richard Pyatt, dem amerikanischen Botschafter in Kiew gibt. Dieses abgehörte Telefonat ist bekannt geworden wegen des Satzes von Newland Fuck the EU. Dieser Satz ist der unwichtigste in dem Ganzen. Das wirklich Interessante ist, dass die beiden in dem Telefonat darüber sprechen, wer nach dem Sturz von Janukowitsch die Regierung bildet. Die Newland sagt, klar, das muss nicht der Klitschko, der kann das nicht, der Jasenjuk muss dahin, den müssen er zum Ministerpräsident machen. Und genau so kam es. Die Amerikaner haben unmittelbar an diesem faktischen Staatsstreich. Janukowitsch war ein gewählter Präsident, mitgewirkt. Und ich brauche Ihnen hier nicht die tragischen Szenen zu schildern, die sich in Kiew zugetragen haben. Sie haben vermutlich, also mit Sie meine ich das spezielle Publikum, das sich hier einfindet, diese Dinge verfolgt. Es gibt jede Menge Videodokumentationen dazu. Die Frage der Scharfschützen ist bis heute ungeklärt. Es sind viele Untersuchungen dazu gelaufen, auch wenn man dem Thema nachgeht, kommt man praktisch in einen Dschungel widersprüchlicher Informationen. Wer waren wirklich die Scharfschützen, die auf die Demonstranten, aber eben auch auf die ukrainischen Polizisten geschossen haben? Nach den Informationen, die ich habe, aus der USZE, waren georgische Scharfschützen beteiligt. Die stammten bestimmt nicht von Janukowitsch. Was dann folgte, ist die jüngere Geschichte, die Ihnen bekannt ist. Ich sehe jetzt auch, dass ich aus Zeitgründen sozusagen ein Accelerando Alfine machen muss, um es mal musikalisch auszudrücken an der Stelle. Was folgte ist der Bürgerkrieg in der Ukraine seit 2014. als nach den handelnden Informationen, also den Informationen der Akteure, die ich bekommen habe, wichtiges Datum der 2. Mai 2014, die Erstürmung des Gewerkschaftsgebäudes in Odessa, in dem sich die Anti-Maldan Aktivisten verschanzt hatten, mit 50 Toten, verbrannt im Gebäude. Damit war klar, die Fronten sind verhärtet, die ukrainische Armee wurde gegen die Verfassung, gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt, die Verfassung verbietet es, die ukrainische Armee wurde gegen ihre eigene Bevölkerung im Donbass eingesetzt. Mit allen Komplikationen, die dazugehören, dass es natürlich Überläufer gab, das ganze russische Kontingente mit Material übergelaufen sind und gleichzeitig natürlich auch die militärische Unterstützung des Donbass durch Russland einsetzte. Es wurde dann Poroschenko installiert als neuer Präsident, ein weiterer Oligarch und es besteht allgemein die Auffassung, dass doch seitdem die NATO-Mitgliedschaft, die jetzt mit Janukowitsch sowieso erst mal auf Eis gelegt worden war, auch nicht weiter verfolgt worden ist. Es stimmt nicht. Die NATO hat seit 2014 jährlich 10.000 ukrainische Soldaten ausgebildet. Es begann außerdem ein forcierter Austausch der ukrainischen Waffensysteme, die wurden auf NATO-Standard zugerüstet. Selbst unter Trump übrigens 2017 Defensivsysteme nach Kiew geliefert. Es finden gemeinsame Manöver statt von NATO-Verbänden und der Ukraine. Und im Februar 2019 wird die NATO- und EU-Mitgliedschaft in die ukrainische Verfassung geschrieben. Einer letzten Amtshandlungen von Poroschenko, das durchzusetzen im Februar 2019, Verfassungsänderung. Das heißt, die NATO-Mitgliedschaft und die EU-Mitgliedschaft sind jetzt Staatsziele mit Verfassungsrang. Selensky war in den Wahlkampf gegen Poroschenko gegangen mit dem Versprechen, mit Russland einen Ausgleich herzustellen. Mal abgesehen davon, dass er sich bei allem, was da biografisch anzumerken wäre, erst mal einfinden musste, war das zunächst einmal seine Botschaft einfinden musste in das Amt des ukrainischen Präsidenten. War das seine Botschaft, durch welche er auch mit einem überwältigen Wahlsieg, ich meine, über 60 Prozent waren, es gewählt wurde. 2021 beginnt Selensky umzuschwenken. 2021 beginnt Selensky umzuschwenken. im Januar 2021 ist Joe Biden im Amt, im Weißen Haus. Wenig später beginnt Selensky eine ganz andere Politik zu verfolgen. Im März 2021 weiß auch fast niemand, in Deutschland war es ausschließlich in der Berliner Zeitung zu lesen, unterzeichnet Selensky ein Dekret, das die ukrainischen Streitkräfte anweist, die Krim zu deokkupieren, das heißt militärisch zurückzugewinnen. Daraufhin beginnen starke Truppenverlagerungen der ukrainischen Armee in den Osten des Landes. Gleichzeitig beginnt Russland mit der Zusammenziehung seiner Truppen an der russisch-ukrainischen Grenze auf der russischen Seite, wie Sie wissen. Das ganze vergangene Jahr ist dadurch geprägt gewesen. 2021, also im vorigen Jahr, wiederholt die NATO bei ihrem Gipfel in Brüssel die Formulierungen des Gipfels von 2008. Es wird ausdrücklich bekräftigt, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird. Zwei Monate später im September findet ein gemeinsames Manöver statt, zunächst mal im Juli auch selbst die Operation Sea Breeze, das heißt eine Marineübung mit 31 Ländern im Schwarzen Meer, das also direkt gegen Russland gerichtet ist. Zwei Monate später Rapid Trident, eine Manöverserie, die schon vorher bestanden hatte, die unter Leitung ukrainischer Truppen in der Ukraine stattfindet, Manöver, aber auch unter Beteiligung von NATO Truppen. Und es beginnt sich auch der Ton in der internationalen Presse zu ändern, das heißt, es gibt eine neue Begeisterung für die NATO Mitgliedschaft der Ukraine und Zelensky, ich hatte das schon berichtet, reist dann tatsächlich im September 2021 ins Weiße Haus, wo Biden bei der abschließenden Pressekonferenz klar macht, dass USA firmly committed sind to Ukraine's Euro Atlantic aspirations. Im November 2010 unterzeichnen Tony Blinken und sein ukrainischer Kollege einen erneuten US Ukraine Charter on Strategic Cooperation. Das Papier, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, also das Rice-Papier, wird jetzt noch einmal bekräftigt im November 2021. Es kann keinen Zweifel geben, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine soll jetzt vorangetrieben werden und wenn jetzt gesagt würde, naja, warum sollte das denn die Ukraine beunruhigen, die Russen beunruhigen, es ist doch ein Defensivbündnis, dann argumentiert hier Mersheimer, naja, entscheidend ist, wie die Russen das sehen und nicht wie wir das sehen. Und Sie betrachten das, Sie erinnern sich an das Zitat von Burns, Sie sehen die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine als the brightest of red lines. Währenddessen nimmt der Truppenaufmarsch der Russen zu, es finden Pressekonferenzen statt, in denen Putin und Lavrov klar und deutlich sagen, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine das zentrale Problem ist. Putin, what they are doing or trying or planning to do in Ukraine is not happening thousands of kilometers away from our national border. It's on the doorstep of our house. They must understand that we have nowhere further to retreat to. Do they really think we do not see these threats or do they think that we will just stand idle by watching threats to Russia emerge. Zwei Monate später we are categorically in Februar 2022 sagt Putin bei einer Pressekonferenz we are categorically opposed to Ukraine joining NATO because this poses a threat to us and we have arguments to support this. I have repeatedly spoken about it in this hall. Am 16. Februar beginnt von den in den Osten verlagerten Truppen der Ukraine im Zuge des Dekrets vom März 2021 ein starker Beschuss des Donbass am 16. Februar. Der Donbass war immer über die ganzen acht Jahre locker beschossen worden mit vielen Toten, aber es war kein schwerer Beschuss. Jetzt steigert sich der Beschuss und das wird verstanden von der russischen Seite, vermutlich wird es von der russischen Seite so verstanden als der Beginn einer Offensivaktion und Putin gibt am 24. Februar den Befehl zur Invasion der Ukraine. Das ist die Geschichte und die Theorie im Hintergrund, die ich Ihnen dargelegt habe, erklärt das Handeln der Akteure, wie ich meine, sehr weit geht, wenn nicht vollständig. Das Verhalten der Amerikaner, das Agieren der Amerikaner ist genau theoriekonform und auch das Verhalten der Russen ist im letzten Moment theoriekonform, wenn sie so wollen, weil sie tatsächlich in der NATO-Osterweiterung und die Ukraine einen existential threat erkennen. Und wenn eine Großmacht und Russland ist zu diesem Zeitpunkt noch eine Großmacht, wenn auch eine schwächelnde Großmacht sich in dieser Weise bedroht fühlt, schlägt sie zurück. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.